Ja, hallo. Am 20. und 21. März ist es soweit. Das Free From Hero Festival findet statt. Mein Allergieportal ist Medienpartner und ich werde am 21., das ist der Sonntag, um 16 Uhr ein Interview führen mit dem Herrn Dr. Schumann von der Charité. Dabei geht es um die refraktäre Zöliakie. Das ist eine seltenere Form der Zöliakie, aber sie kommt vor und zeichnet sich dadurch aus, dass trotz glutenfreier Diät immer noch Symptome auftreten. Ich werde mit dem Herrn Dr. Schumann sprechen über die Ursachen. Was weiß man darüber? Ich werde mit ihm darüber sprechen, wie man das erkennt, was darauf hinweist, wie die Diagnose erfolgt, wie die Therapie aussieht und welche Komorbiditäten auftreten können. Was ist die Therapie?